Wie geht's dir? Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Das sehe ich. Das glaube ich dir. Es ist merkwürdig. Ich spüre so viel Energie, so viel. Ich habe so viel Wut. Das sehe ich. Ich sehe, dass du nicht hier sein willst. Ich sehe, dass du Angst hast. Ich sehe, dass du nicht weißt, was mit dir los ist. Ich sehe, dass du niemandem wehtun willst. Wir kriegen das hin. Aber freies Schuss, wir sind bereit. Sie sollen nicht mehr auf mich schießen. Tun Sie nicht. Hey Leute! Das ist mein Kumpel Max. Ich habe euch von Max erzählt. Niemand! Schießt auf Max! Du und ich, wir beide. Wir reden. Uo, bleib, bleib wo du bist. Bleib da. Sei vorsichtig. Das Gitter da, wegen der Elektrizität. Du musst... Ich wollte nur. Ich wollte doch nur, dass alle mich sehen. Bei der kleinsten Bewegung, Feuer frei. Wie wäre es, wenn du mit mir kommst? Wir gehen irgendwo hin und reden. Weg von den ganzen Leuten, okay? Ja, ja. Nein, nein!